...nur von fast 1000 Metern über Meer erreichen. Es passiert sich ein prachtvoller Klick über den Lago di Boschiavo, das Buschlaver Tal und beim Untersichten auf die Schneegipfel des Bernina-Massens. Wir fahren den Lago di Boschiavo in Planbeslitz. Dieser See ist natürlich entstanden. Bei einem nacheiszeitlichen Bergsturz riegelten gewaltige Geröllmassen den Tal ausgallern. Das Wasser wurde auch nicht aus. Der Barschiavo in Planbeslitz Killing ist dem Standardマaresg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020